Wie? Ich hatte nur zwei Pig-Access. Da bin ich mir safe sicher, weil ich meine Sachen hier ge... Vielleicht sind die kaputt gegangen oder die liegen hier noch drin. Nein, da liegt nichts. Nein, da liegt nichts. Geh da raus. Ah, Tobi! Du Hundsohn! Pst! 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 Da liegt nichts. Nein, nein, da liegt nichts. Ey, Marco, nein, ey, guck mal wieder hoch. Das ist ne Überraschung. Nein, das ist ne Überraschung. Ey, das müssen wir über Sean erzählen. Jetzt empfieh ich jetzt. Sonst ist das jetzt gemein. Ey, was ist daran gemein? Ja, ich erzähle dir das jetzt, weil sonst... Der weiß doch jetzt gar nicht, was abgeht. Warte, warte, warte. Was willst du ihm erzählen? Sean, guck mal. Guck mal, wenn du schon hier wärst. Eben, ne? Ich sag so, wie kurios aussehen. Nein, wir gehen da nicht rein. Das entspann ich mal. Guck mal hier. Guck mal hier. Sean, hinter dir. Hinter dir. Sean, guck. Eben... Er macht nichts. Oh mein Gott. Ja, genau das. Nein, geh da nicht ganz rein. Ich hab auch nicht geguckt. Nein, Sean. Nein, aus. Aus. Guck mich an. Bist du mir, hast du da. Ich geh jetzt in den Eta. Deshalb, ich muss kleine Transformation machen. Weil, so werde ich ja direkt sterben. Oh Gott. Warte, ich baue ein bisschen zu. Wir kriegen ein Ding bis weg. Hör, nimm den langen. Kuck mal. Schatz. Das ist wieder so ein scheiß Geass. Tobe. Nimm uns. Schaftischer. Ok schnell 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 baut es Lass mich durch So geil ich feier das krass Das ist so fail Oh mein Gott Das kommt auch in Funny Moments rein